wo wollen sie hin ja ich bin hier ja bin hier der hausmeister an der schule ja ich habe sie hier durch die gängerin sehen ich hätte ja mal wusste was sie hier machen sind sie eine schulfremde person oder gehen sie hier zur schule ach sie sind die abschlussklasse sie sind die zwölfte klasse hier haben sie abitur jetzt gemacht oder abitur steht kurz bevor ja naja lust ist ja nachmittag sie kennen sie nicht ihr gesicht sagt mir ja nicht bei welchem lehrer sind sie reitmeier ja das sagt mir natürlich was ja naja trotzdem wie möchte gern mal wissen warum sie herumschleichen ach so das geht um die vorbereitung für die abiturfeier naja aber so weit wird ja normalerweise angekündigt wenn die leute in der schule rumkrabbeln wo haben sie denn den schlüssel her für das klassenzimmer achtet hat den schlüssel hat ihn herr reitmeier übergeben naja gut okay naja ich muss ja immer mal nachfragen passiert ja so viel na ich meine wertgegenstände sind ja in dem klassenzimmer nicht dass sie sich da bedienen könnten oder so naja dann gehen sie mal machen sie mal da ihre vorbereitung für ihre feier war ich wollte ihnen ja nicht zu nahe treten wie sieht die abiturfeier eigentlich aus was ist da eigentlich geplant ach ja auch führung dadurch hat mir schon gedacht ist ja immer dasselbe ja ja naja wir haben in diesem jahr bei abitur veranstaltung haben wir sicherheitsvorkehrungen so besagt ist das neue setz